Letzte Generation beschmiert Weltzeituhr mit oranger Farbe Nach dem Brandenburger Tor haben Mitglieder der letzten Generation das nächste Berliner Wahrzeichen beschädigt. Die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz wurde am Dienstag von Aktivisten besetzt und beschmiert. Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz in Berlin-Mitte mit oranger Farbe beschmiert. Mehrere Mitglieder der Gruppe versprühten die Farbe am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr aus vier Feuerlöschern auf die bekannte Touristenattraktion, die danach fast komplett orange war. Auch die Säule, auf der die Uhr steht und der Boden unter der Uhr, bekamen viel Farbe ab. Auf Fotos ist zu sehen, dass zwei Aktivisten auf der Plattform oberhalb der Uhr sitzen. Sie halten ein Plakat hoch mit der Aufschrift, uns läuft die Zeit davon, Weg von Fossil, hin zu gerecht. Dazu teilte die Gruppe mit, die Bundesregierung verschwendet kostbare Zeit mit fadenscheinigen Klimaschutzmaßnahmen und verlogenen Lippenbekenntnissen. Nach Angaben eines RBB-Reporters waren am Dienstagvormittag rund 30 Polizisten vor Ort. Die Polizei rückte zudem mit einem Kran an, um die Demonstrierenden vom Denkmal herunterzuholen. Von neun Personen seien die Personalien aufgenommen worden. Das Bezirksamt Mitte hat unterdessen Anzeige gegen die Beteiligten erstattet. Der Berliner regierende Bürgermeister Kai Wegner, CDU und Innensenatorin Iris Spranger, SPD, kritisierten die Aktion in einer gemeinsamen Pressemitteilung auf das Chefste. Das Maß ist übervoll.